Menschen mit HIV können heute leben und arbeiten wie alle anderen Menschen. Das ist eine gute Nachricht, die leider noch nicht alle erreicht hat. Sie sind immer noch Opfer von Diskriminierung und Stigmatisierung. Dagegen machen wir uns stark. Diese zentrale Botschaft der HIV-Arbeitgeberdeklaration ist enorm wichtig und für uns in der Deutschen Bank ist es selbstverständlich, dies mit unserer Unterschrift zu unterstreichen. Vorurteile dürfen keinen Platz haben, dafür setzen wir uns ein. Und daher unterstützen wir die AIDS-Hilfe seit Langem dabei, zu informieren, aufzuklären und in der Gesellschaft eine positive Veränderung zu bewirken. Offen und respektvoll miteinander umzugehen, ist die Grundlage von allem. Wir hoffen, dass weitere Unternehmen diesen wichtigen Schritt machen und die Deklaration unterzeichnen. Seien Sie ein Vorbild und setzen Sie ein klares Zeichen für eine offene Unternehmenskultur. Das ist eine gute Nachricht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020